so dass der stream sollte jetzt laufen und tragen wurde beendet oder ja jetzt läuft ich könnte aber nicht sehen ob da irgendwas passiert ist gerade eben ist auf jeden fall mein herrscher gestorben in der kleinen pause super hast du eigentlich schon mal 5 6 7 4 6 6 und ich habe 6 7 7 und mein nachfolger ist silvester aber chanis hat den thron übernommen wie ernsthaft ich hab wieder schwarz im bildschirm es geht nicht komm schon jetzt zeig mir auf das habe ich raus und habe ich bild und habe ich wieder rein und habe wieder keins nö das akzeptiere ich nicht das heißt ich mache ich speichere jetzt und mache das aus so da könnt ihr euch schön alles auf youtube ansehen ich mache das nicht mal mit das programm will mich auf jeden fall verarschen das akzeptiere ich nicht tschüss